So, eigentlich sollte das zweite Gleis... Boah! Alter, ich werde blöde. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Transportführer und fröhliche Weihnachten euch allen. So. Wir haben ja letztens hier die Strecke an... Oh, das ist ein Stück gebaut. Jetzt müssen wir hier noch die Einfahrt in den Bahnhof machen. Dann werden wir den hier nehmen. Und dann müssen wir das so machen. So. So. Jetzt geht das große Signalbauen los. Dann haben wir hier Signale. Und hier müssen wir auch noch neue Signale bauen. Ich würde auf jeden Fall hier vor dem Bahnhofgang hin machen. Dann muss auf jeden Fall... Hier sowas hin. Und sowas. Und sowas. Andere Richtung ist eigentlich vollkommen egal. Aber hier muss noch was hin. So wie hier. Hier brauchen wir noch eins. Hier brauchen wir noch eins. So. Okay. Ich denke das sollte reichen. Fern sind jetzt alle Züge noch. Funktioniert das? Ja. Okay. Okay. Das ist auch gut. Das ist auch gut. So. Das heißt die zwei Güterbahnen sind geklärt. Jetzt müssen wir nur noch die Verbindung von hier nach dort bauen. Dann würde ich auch fast vermuten, dass wir eigentlich mit die Strecke gehen. Hat es jetzt hier irgendwelche Züge gerade wieder gewendet, weil ich was reingerissen habe? Wo ich ja versucht habe alles im Pausenmenut zu machen. Fahren hier überhaupt noch Züge? Hier ist ein Personzug. Fahr Donnerzüge. Mir kommt irgendwie fühlt nichts an. Ich werde auch noch einer. Ich werde auch noch einer. Also die fahren noch. Okay. Wir brauchen trotzdem eine Verbindung von hier nach da. Denn ich würde ja gerne hier wo dieser Damm ist und drunter durchgehen. Na ja. Straßenfahrzeuge. Zur. Das reicht jetzt nicht ein Tiefviel. Oh Mann. Vielleicht muss man den dann noch anfangen, dass das hier tief genug wird. Oh Mann. Noch weiter hier. Noch weiter hier. Okay. Okay. Fangen wir noch weiter hier an. Okay. Fangen wir noch weiter hier an. Ich glaube ich weiß was das Problem ist. Ich glaube ich weiß was das Problem ist. Ich komme sogar auf der anderen Seite schon wieder raus. So stark. Sau stark. Sau stark. So. Eigentlich soll das zweite Gleis. Oh. Alter ich schlatt blöde. Jemals so was schönes gesehen. Ich denke nicht. So. Wobei ich glaube den Tunnel haben wir für mehrere Sachen benutzen. Unter anderem auch für die Anlieferung von dem Brot. Brot? Also Brot. Ja. Was ist das eigentlich für eine Straße? Geht mir gerade ein bisschen den Weg um. So. Die kann man bestimmt irgendwie so legen. Irgendwie tolle Brücken reinbauen. Oh. Speichern. Oh das ist neu. Was ist das denn? Neue Lokomotive. Ah ok. Und ein paar kaputte Straßenfahrzeuge. Aber das wissen wir ja mittlerweile. Dass wir nicht mehr so den neuesten Fobar kommen. Jaja ich habe eine Hauptverbindung kaputt gemacht. Mecker mich nicht voll. Stehe da wieder. So. Als wäre es nie da gewesen. Zack. Das geht. Das hier können wir auch rausreißen. Ja. Ja. Da hat er irgendwie Zug drüber gewendet. So. Tolle Kiste. Fährt er alles noch? Warum fährt dieser komische Ölzug eigentlich schnell? Wenn er hoch steht. Oh Mann. Wenn er hoch steht. Oh Mann. Ja. Ich frage mich wann schon wie das passieren kann. Da steht jetzt so gut wie jeden Signal steht der Zug. Tch. Warum ist es ein Wunder, dass das Öl nie ankommt. Ja gut. Hier vorne ist wahrscheinlich oh lange kein Zug mal angekommen. Okay. Na das fährt sich jetzt in nächster Zeit wieder ein. So. Wir haben jetzt aber eigentlich alle unsere Strecken gebaut. Die ich bauen wollte. Wir müssen jetzt nochmal noch die Dings anschließen. Und dann müssen wir die so Stück für Stück jetzt in Betrieb nehmen. Mit dem Brot als erstes. Die Brottour wird sozusagen durch das neue System ersetzt. Und zwar werden wir das Brot dann. Ich erstelle jetzt erstmal die Strecken hier. Und zwar eine neue Linie. Güterverteiler 1. So. Haltstellen zufügen. Starten diesen Bahnhof. Nein. Halt. Also gut. 1 ist immer hier. Starten hier. Halten hier. Halten hier. Aber bitte über das Gleis. Fahren hier hin zurück. Und halten hier. So. Was meckert ihr denn eigentlich? Glückspack Sägepapier. Sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht hier richtig scheiße aus. Irgendwie habe ich mich hier verplant. Soll natürlich so aussehen. Genau. Das ist ja später mal gedacht. Ok. Das passt. Was ich hier noch machen müsste. Bevor ich jetzt die Linie 2 erstelle sozusagen. Wir brauchen hier noch ein paar Blockstreckensignale. So. Das hier war zu viel. Lieber ein paar mehr setzen. Das ganze Stück kann ich eh keinen machen. So. Wieder ein zu viel gesetzt. Nehmen wir das. Aber das Gütergleis werde ich wahrscheinlich auch noch mehr Sachen fahren lassen. Wie war das? Ne. Ich komme bloß hier an. Hm. Ok. So. Dann wollen wir noch neue Linie erstellen. Die nennt sich Güterverteiler 2. Und die kriegt jetzt den. Ne. Die kriegt Orangenschwürt hier. So. Dann fangen wir wieder hier an. Fahren diesmal bis hier hinter. Wieder hier hin zurück. Und hier das kürzere Stück diesmal. So. Passt das jetzt auch? Einwandfrei. Okay. Bräuchten wir da eigentlich nur noch Fahrzeuge drauf. Habe ich hier einen Straßenanschluss jetzt gemacht? Ja. Bräuchten wir hier auch noch einen Straßenanschluss? Brauche ich hier einen Straßenanschluss? Ja. Doch schon. Okay. Da wäre das erstmal geklärt. Dann können wir dann als Testweise eine Strecke anfangen. Und wir brauchen natürlich irgendwo noch eine Speisung mit unserer Depot wollen. Einmal zum Beispiel muss ich sagen. Wir bauen hier eins. So. Dann geht das. Okay. Was hat er denn hier? Ja doch. Die tun doch wohl, die waren das schon mal irgendwie. So. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch das Brot dann sozusagen von hier zustellen. Das geht ohne was ich hier gebaut habe. Und das ist ein eingleisiges Stück. Und das ist ein eingleisiges Stück. Die Brot Tour 2 ist eigentlich total sinnlos. Die Brot Tour 2 wird jetzt erstmal eingestellt. Also Brot Tour 2. Alles verkaufen. Und Tschüssele. Guck mal hier am Zugdepot sind noch Fahrzeuge. Auch verkaufen. So. Und dann würde ich sagen in der nächsten Folge tun wir dann den Haltepunkt ändern. Und dann versuchen wir eine Strecke in Betrieb zu nehmen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.